Hi, ich bin Stefan von Grube und ich möchte euch heute unsere neue Waschbärfalle mit Trittbrettauslösung vorstellen. Für die Fangjagd gelten die gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes. Grundsätzlich ist aber immer ein gültiger Jagdschein und ein Fallenschein notwendig. Diese Falle ist aus hochwertigen Siebdruckplatten hergestellt und wird fertig montiert in den Abmessungen 1,20 x 30 x 31 cm geliefert. Sie verfügt über einen Einlauf, somit kann ein großer Teil der Falle genutzt werden. Die Trittbrettauslösung erfolgt über ein Edelstahlgestänge. Weiterhin verfügt die Falle über Sichtfenster aus Drahtgitter und einem Tragegriff aus Gurtband. Wichtig ist, dass die Rücklaufklappe nach dem Stellen der Falle zurückgeklappt wird. Für alle Fallen bieten wir natürlich einen entsprechenden Abfangkasten an. Als Köder für Waschbären empfehle ich Obst oder Leberwurst. Weiteres Zubehör wie elektronische Fallenmelder oder Lockmittel findet ihr auf unserer Homepage und zusätzliche Informationen wie zur Standortwahl oder wie viele Fallen pro Revier benötigt werden, gibt es im angehängten Magazinbeitrag.